Hältst du für andere auch ab und zu einen Vorschlag bereit? Machst du unaufgefordert Vorschläge? Vielleicht kennst du das Sprichwort, wonach auch ein Vorschlag ein Schlag ist. Und genau so ist es. Vielleicht erinnerst du dich selber, wenn dir jemand anders einen Vorschlag gemacht hat, einen ungefragten Vorschlag gemacht hat. Manchmal sind die ganz okay und du nimmst sie gerne an, aber ganz oft lösen sie auch ein unangenehmes Gefühl in einem aus. Vorschlag beinhaltet Schlagen. Was kannst du stattdessen sagen? Ich persönlich habe mir zur Gewohnheit gemacht, in meinem Wortschatz dieses Wort Vorschlag zu vermeiden und es zu ersetzen. Und eine wunderbare Alternative, die du da brauchen kannst, ist die Anregung. Eine Anregung regt an. Sie überfällt den anderen nicht. Sie gibt einen kleinen Stupser. Nur eine Anregung ist etwas Positives. Es fühlt sich angenehm an, eine Anregung zu erhalten und auch eine zu geben. Vielleicht ist das ja auch für dich jetzt eine Anregung, der du folgen magst. Ich wünsche es mir. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020